ja die natürlich nicht auch ich laufe nicht bis vier so das ist unsere hofeinfahrt darf ich vorstellen unsere haustür wo kein mensch das ist unser terrasse hauptsächlich auf hätten da ist der tisch schon gedeckt das ist die normale küche im ehrgeschoss das kennst du das ist die enklerin oma das ist das wohnzimmer das ist alles sehr alt altmodisch aber das erste stück ist modern gehe wieder aus unser garten 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 treppen habe ich das ist alles garten 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 alles garten und das warst du dafür was das ist zum schuhputzen oder was die bäume ist ein lauter olivenbäume also ist alles rund um den oliven und das andere ist weintram was ziegst und es geht gerade so unter und das ist mal alles